MediaWiki ist eine frei verfügbare Verwaltungssoftware für Inhalte in Form eines Wikisystems. Dies bedeutet, dass jeder Benutzer die Inhalte per Zugriff über den Browser ändern kann. Sie wurde ursprünglich für die freie Enzyklupe die Wikipedia entwickelt. MediaWiki steht unter der GPL-Lizenz und ist frei und kostenlos verfügbar. Die Software MediaWiki ist in der Skriptsprache PHP geschrieben. Zum Speichern der Inhalte wird das relationale Datenbankverwaltungssystem MySQL oder dessen Fork MariaDB genutzt. Alternativ können auch PostgreSQL, Oracle, Escolite und andere als Datenbank-Button verwendet werden, wobei deren Unterstützung teilweise jedoch experimentell ist. Geschichte MediaWiki entstand aus einer Wiki-Engine, die der deutsche Biochemiker Magnus Manske für die Online-Enzyklopädie Wikipedia entwickelte. Als sich die zuvor eingesetzte UseMod-Wiki-Engine den Anforderungen nicht gewachsen zeigte. Am 25. Januar 2002 wurde die erste Version, damals Phase 2 genannt, erstmals eingesetzt. Nach einer hauptsächlich durch Lee Daniel Kocker geschriebenen Neufassung wurde im Juni 2002 eine verbesserte Version der offiziell immer noch namenlosen Software auf dem Wikipedia-Server installiert. Der heutige Name MediaWiki wurde erstmals im Juli 2003 von dem Entwickler Daniel Mayer auf einer Mailing-Liste vorgeschlagen. Das Logo der Software zeigt eine von eckigen Klammern umgebene Sonnenblume und stammt von Eric Möller nach einem Foto von Florence Niebert de Waouart. Es wurde 2003 bei einem Wikipedia-Wettbewerb für das MediaWiki-Projekt gewählt. In den Folgejahren entwickelte sich MediaWiki zu einem erfolgreichen Open-Source-Projekt, an dem im Jahr 2005 über 60 Programmierer und Helfer beteiligt waren. Neben Wikipedia und ihren Wikimedia-Schwester-Projekten setzen heute zahlreiche Organisationen, Unternehmen und Institutionen MediaWiki ein. Seit 2005 steht mit Semantic MediaWiki eine Erweiterung zur Verfügung, die es ermöglicht, zusätzlich zu Texten und medialen Inhalten, strukturierte Daten auf einer Wiki-Seite zu hinterlegen. Funktionsumfang Einordnung der Seiten in Kategorien und Namensräume Versionsverwaltung von Artikeln und Mediendateien Vorlagen für oft benötigte Textabschnitte InterWiki-Links verweisen zu anderen Wiki-basierten Projekten Verknüpfung der Artikel in mehreren Sprachen durch InterLanguage-Links-Anzeige der letzten Änderungen Benutzerrechteverwaltung Vergabe von Rechten an frei definierbare Benutzergruppen Rechtevergabe an einzelne Benutzer Durch die Benutzergruppe der Bürokraten Benutzern von Administratoren das Schreibrecht entziehen lassen Sperren von Artikeln für Änderungen von verschiedenen Benutzergruppen Volltextsuche Individuelle Anpassbarkeit des Erscheinungsbildes mit CSS und der Funktion mit JavaScript und JQuery Auf Wikipedia hat dies zu einer Vielzahl von zusätzlichen Tools geführt Individuelle Anpassbarkeit der Funktionen durch Erweiterungen Umfangreiche Sprachunterstützung Das ist eine Vielzahl vonALLen Anpassbarkeit der Funktion wählt Das ist eine Vielzahl von Kerzen Die Fensten Masche Sprachunterricht Das ist eine Vielzahl von advertisement Ausatmen Ausatmen Die Tat Ausatmen 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 Ausatmen